Boah, aber das Level ist echt knackig. Also wir haben jetzt ja bisher noch nicht viel davon gesehen, aber das was wir gesehen haben reicht mir schon, um zu sagen, wie knackig das doch ist. So, da ist der Angriff. Und direkt bei der Siedlung, sehr schön. Ach, es sind nur drei, das geht ja noch. Komm, mit den dreien werdet ihr auf jeden Fall alleine fertig. Oh, was hab ich da gerade nur getan? Ich werde mit Sicherheit auch die Siedlung als erstes zusteuern. Ah, sehr schön, die erste Sperre fliegen. Sehr schön, der erste von denen da. Ja komm, der letzte, der kann sich doch eigentlich verpieseln, oder? Sehr schön, zack. Läuft bei uns. So, wir brauchen hier noch eine weitere Möbelwerkstatt. Nein, nicht Waffen, sondern Möbel. Angestellte benötigt. Oha, verbraucht wir einfach zwischendurch keine? Unglaublich. Drei. Oha, was's. So, damit wir mal ein bisschen die Futterproduktion hier hinten steigern. Kann ja nicht sein, dass Häuser hier zusammenbrechen, weil die nicht vom Markt beliefert werden. So, wir machen mal hier einen weiteren Markt hin. Damit hier oben die Versorgung ein bisschen besser steht, weil ich möchte ungern die Casa dafür preisen. Die haben wir jetzt zumindest schon mal so weit. Ich glaube, momentan läuft es sogar finanziell einigermaßen rund. Ich mache noch ein bisschen Sorge, dass wir mit der Lieferung für Cäsar nicht hinterher zu kommen scheinen. Sechs Stück haben wir, sieben Monate haben wir noch. Das wird eng. So, machen wir das Ganze ein bisschen schicker hier. Genau, damit auch große Zelte daraus werden. Für mehr Platz, für mehr Lerys. Ach ja, im Übrigen, ja, wobei, ist jetzt ein bisschen spätig. Wollte eigentlich noch, fällt mir jetzt gerade leider erst wieder ein, am Anfang der Folge erwähnen, was denn der Grund dafür ist, dass ich, dass ein paar Tage keine Folgen kamen, oder mein Plan ausgedünnt wurde. Man hört es wahrscheinlich, ich bin noch ein bisschen verschnieft, also warum, warum du brennen? Warum? Ah, das wird jetzt richtig schön. Ja, noch einer. Komm, hau noch einen raus. Ach, Menno. Sobald meine Wirtschaft erst mal steht und das, ich denke, es fehlt nicht mehr viel, wird es, denke ich, schon bedeutend einfacher. Kein Öl gelagert, dann bräuchten wir hier doch noch mal eine Olivenfarm. Ja, sehr schön, passt noch. Wunderbar. Komm, wir gönnen uns jetzt mal den Luxus einer Militärakademie, auch wenn ich gerade noch nicht weiß, wo ich die hinhaben will. Die sollte nicht zu nah am Feindesland stehen, aber... Wartet mal. Wir machen das mal weg. Das Forum kommt auch woanders hin. Ja, komm, dann machen wir die jetzt erstmal hier hin. Und da das Forum. So, und hier haben wir die queren Bindung, damit die Weizenfarben da auch schnell genug liefern kann. Und wegen der akuten Brandgefährung nochmal einen Präfekten da hin. Noch drei Monate und es fehlen mir noch zwei verdammte Öle. Ei, 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 ei. 95% abgeschlossen, 50% und 80%. Ja, das könnte doch was werden mit etwas Glück. Ja, da war einer schon. Oh, bitte lass ich das hinbekommen. Das wäre so dermaßen vorzüglichst. Jawohl, da ist das Öl kommen. Schmeiß hin, schmeiß hin. Oh, sehr schön. Gerade noch geschafft. So, alles über drei wird mal exportiert. Äh, haben wir noch was? Ne, ich glaube mehr können wir gar nicht exportieren. Ja, bitteschön, lieber Imperator. Gerne doch. Immer wieder gerne. Haben wir eigentlich Feinde vor der Stadt? Natürlich, was auch sonst. So, jetzt erstmal hier die Weizenfarm wieder aufbauen. Habe ich schon wieder völlig verdrängt. Was ist dein Problem? Du brauchst eine Bibliothek. Kriegst du. Du brauchst wieder Angestellte. Schönes Ding. Komm, dann machen wir hier noch ein... Wartet mal. Sägewerk hin. Können wir nämlich noch hier... ...weitere Möbelwerkstätten machen. Und wir machen mal... ...hier ein weiteres Reservoir. So, dalle. Dafür noch ein paar religiöse Einrichtungen. Das geht natürlich gar nicht. Warte mal. Hier machen wir erstmal noch einen weiteren Markten. So, das freut auch die Götter, wenn wir mal wieder ein paar Dembelje errichten. Der will direkt die nächste Öllieferung. Was stimmt denn nicht mit dir? Was machst du damit? Alter. Habt ihr hier oben überhaupt genug Tempel? Weiß ich nicht. Ja, doch, da habt ihr ja alles. Stimmt. Wuhh, die 2000er-Marke geknackt. Sehr schön. Also, Bevölkerungswachstumstechnisch, glaube ich, können wir uns nicht wirklich beklagen. Das läuft einigermaßen. Und wir sind pleite. Zu spät gesehen. Egal. Kriegen wir alles hin. So, Quizfrage, wo weitermachen und wie weitermachen vor allem. Pass auf, du nimmst jetzt erstmal kein Eisen mehr an. Das soll mal schön alles hier hochgeliefert werden, im Zweifel. Wie viel exportieren wir denn überhaupt? Handelserlöse 1660 im letzten Jahr. Fast so viel, wie wir Steuern eingenommen haben. Also, da sogar ein bisschen mehr. Aber hier werden wir vielleicht noch hinkommen. Mal sehen. Wohnungsmarkt verhindert Einwanderung. Nahrungsmittel sind niedrig. Ja, ist ja schön und gut alles. So, komm, wir müssen mal anfangen, ein paar kleine Partys zu feiern. Keine Akademie, das ist natürlich gar nicht gut. Und ein Feuerchen. Mensch. Dass ich das so erleben darf. Unglaublich. Warte mal. Ich mach mal ein Silo hier hinten noch hin. Ist hier was drin? Nein, da ist nichts drin. Dann reißen wir dich mal dafür ab. Alter, könnte sich mal ein Präfekt bitte dahin bequemen. Ja genau, erste Runde um Block drin, bevor man anfängt zu löschen. Macht voll Sinn. So, bitte einmal ausmachen hier. Dankeschön. So, jetzt bitte was kaufst du? Ach, Eisen natürlich. So, wisst ihr was, wir machen mir hier so eine kleine Umgehung, dass wir einfach mal eine schnellere Verbindung haben, weil wenn wir jetzt hier mal außenrum pimmeln müssen, verzeiht mir den Ausdruck, dann ist das durchaus unpraktisch. So, also nicht wundern, dass ich hier noch bisher so wenig gemacht habe. Ich gucke erstmal, dass meine Wirtschaft und meine Armee einigermaßen stehen. Dann kümmere ich mich um die Verteidigung und dann kümmere ich mich darum, hier mal schön und sinnvoll auszubauen. Ach, nicht Waffen. Ich wollte doch Öl. So, da kommt der nächste Angriff. Oh shit, diesmal da unten. Stellen wir uns mal auf die richtige Seite zu der Mauer. Ja, okay, zu nah bei feindlichen Truppen, da werde ich sie bauen. Oh man, ey, die können ja echt scheinbar von überall herkommen. Was ich gar nicht mal so geil finde. Wisst ihr, was ich mich frage? Wenn ich die Mauer bis direkt an die Grenze bauen würde, sofern das überhaupt geht. Müsste aber eigentlich. Wird das dann irgendwie sich darauf auswirken? Also würden dann da keine mehr spawnen? Hm, schwierig. Ich kann mir auch vorstellen, dass man entgegen meiner Aussage jetzt gerade vielleicht doch nichts... Äh... Ach man, beinahe hätte ich sie noch erwischt. Sehr schön. Und besiegt! Sehr schön. Und ab nach Hause, ihr Lieben. Vielen Dank für euren Einsatz, fürs Imperium und vor allem für mich. So, wir müssen noch eine kleine Party schmeißen, damit die Götter mal wieder happy sind. Und wir spenden an die Stadt wieder 2000. Nicht, dass Cäsar auch noch unseren Kopf kürzer macht. Wegen der monetären Situation. Kommt hier nochmal ein Markt hin. Noch mal ein paar Häuschen. Ich glaube, ich sollte hier um nicht so viel Kraft reinstecken, weil ich mich, glaube ich, eher darauf fokussieren sollte, hier um die Nahrung herum das zu machen. Das war ja immer unser Hauptproblem, sodass die Versorgung mit Lebensmitteln letzten Endes zusammengebrochen ist. So, stattdessen kommt hier jetzt mal eine Schule hin. Sehr schön, die nächste Sause ist fertig. Guck an, wir wären jetzt gerade beinahe wieder im Plus gewesen, ohne die... Och Gottchen. Ach, immer dieses bescheidenen Feuer. So, ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob das klappt mit bis an die Grenze bauen. Jo, das geht. Das ist jetzt mal ein Test. Ich will einfach nur mal gucken, ob ich die damit aussperren kann. Ich vermute, die werden das an der entsprechenden Stelle einfach aufbrechen, aber versuchen kann man es ja. Echt, jetzt hier wohnt ein Bewohner drin, obwohl da Platz für 27 ist. Kannst euch keinem erzählen, was hier manchmal so abgeht. So, ein bisschen mehr Steuereinnahmen generieren, indem wir die auch mal besteuern hier unten. Kriegen doch bestimmt noch eine Möbelwerkstatt hier oben hin, oder? Jawohl. So, gleich sind wir wieder pleite. Aber ich wundere mich die ganze Zeit, warum dieser Turm nicht besetzt wird, ey. So blöd muss man erstmal sein. Kein Weg dran und dann wundern, dass da keiner drin hockt. Genauso wie hier hinten. So, Quizfrage, was nun? Wo weitermachen? Es gibt einfach... Ach, die Lieferung ist bereits, ja sehr schön. Oh, eine Signung von Neptun und die zahlen doppelte Preise. Das hört man doch äußerst gern. So, Haus mit der Lieferung und jetzt können wir auch Öl exportieren. Ach, Moment, ne, Wein, entschuldigt, Öl. Wir machen mal über 10 Einheiten. Aber wenn Cäsar wieder 10 fordert, haben wir die wenigstens direkt auf Lager. Das war zumindest die Theorie. Ist hier jetzt Bildung das Problem, weil die alle da oben rausrennen und nicht da unten? Ja, geil. Mach doch mal die Einzelhäuser weg und mach dafür eine Bibliothek hin. Damit ihr alle in den Genuss von köstlichem Wissen kommt. Ja, und Schuldenlord. Wey. Gut, ihr Lieben, wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.